hallo und herzlich willkommen liebe skyrim freunde mein name ist Sirius und heute gibt es ein kurzes tipps und tricks tutorial video oder wie man das auch immer nennen möchte um die steine um die findlinge die man so in der provinz himmelsrand finden kann dazu habe ich mir jetzt zunächst mal ein pferd gekauft das habe ich bisher bei meinem skyrim gameplay noch nicht besessen kostet 1000 gold stücke ist eine wirklich gute investition kann ich vielleicht mal sagen das video heute richtet sich generell eher an neulinge oder vielleicht auch an experten die noch bessere tipps drauf haben die die dann gerne in die comments posten können da bin ich auch um jeden tipp immer dankbar wenn ihr das nicht kennen solltet oder skyrim gerade erst begonnen hat in himmelsrand stehen generell 13 so magische steine rum die halt verschiedene boni und fähigkeiten bieten die einfach gewisse dinge aufleveln aufrüsten und so weiter und so fort und die drei hier die diese drei sogenannten wächter steine begegnen einem eigentlich relativ früh im skyrim gameplay direkt so in der ersten stunde oder so würde ich sagen hier könnt ihr euch zunächst für ein stein entscheiden wir haben hier halt zum einen den krieger stein den magier stein und den die bestein und je nachdem welchen ihr davon aktiviert habt ihr einfach dass eure fertigkeiten sich um 20 prozent schneller aufleveln also mit den steinen kann man quasi seine schleich kampf oder zauber künste um 20 prozent schneller erhöhen und erweitern ist so ein anfänger stein gerade wenn man den halt zu beginn des spieles trifft sieht und dann auch benutzen kann ich kann aber sagen generell gibt es wesentlich bessere varianten und ich habe mir einfach zwei stücke rausgesucht die ich euch heute vorstellen oder somit auch empfehlen möchte das erste ist hier der fürstenstein für mich eigentlich so ja die erste wahl im spiel muss ich jetzt mal sagen aber generell muss das natürlich auch jeder für sich selber entscheiden da jeder skyrim einfach anders spielt so ich zeige euch jetzt einmal wo ihr den fürstenstein finden könnt der ist quasi rechts beziehungsweise östlich von mortal liegt da so hoch im gebirge kommt man im pferd noch ordentlich hin zu fuß kann schon teilweise ein bisschen mühsam sein da warten meistens auch so drei banditen die ihr vorher töten müsst bevor hier den fürstenstein aktivieren könnt wer unter dem zeichen des fürsten steht ist resistenter gegen magie schaden und physischem schaden wir konnten gerade oben sehen magie stein wurde bei mir entfernt in dem moment wo ich den auslöse ihr könnt also aktuell immer nur ein stein aktiviert haben der euch so ein boni ermöglicht und um das noch mal kurz auf den punkt zu bringen der stein hier bringt euch einfach 50 plus punkte bei der schadens resistent und plus 25 prozent magie resistenz das bedeutet wenn ihr zum beispiel magier spielt und nur so eine magische rohbahn habt habt ihr trotzdem ein rüstungswert von 50 wenn ihr eine 35er rüstung tragt habt ihr dann trotzdem rüstungswert von 85 ich hoffe ich habe das mal so einigermaßen richtig korrekt und ordentlich beschrieben also ich finde mit dem stein kann man im grunde genommen wirklich gar nichts falsch machen gut ausgerüstet sein hilft eigentlich immer es gibt zum beispiel auch ein fürstinnen stein das gegenstück in der weiblichen variante sag ich jetzt mal da regeneriert er einfach 25 prozent schneller eure ausdauer und gesundheit wie gesagt ich finde das aber mit der rüstung wesentlich wirksamer dagegen mal relativ unnütze steine oder steine die man selten braucht ist zum beispiel der turmstein da könnt ihr dann einmal am tag ein schwieriges schloss knacken super und da gibt es zum beispiel so dinge wie den schlangen stein da könnt ihr einmal am tag ein gegner leben für fünf sekunden super finde ich jetzt auch alles nicht so sonderlich hilfreich und deshalb zeige ich euch jetzt mal noch beziehungsweise besuche ich jetzt mal noch meinen zweiten favoriten stein so auf der karte werden wir jetzt erst mal sehen wie ich den zweiten stein markiere wo man den in etwa anzutreffen hat das ist ungefähr ja so ein bisschen unterhalb von winterfeste wir sehen ja da diese punkte die schon gefunden habe ich wird das jetzt auf der karte für euch markieren generell ist es auch eine sehr gute idee einfach wenn ihr diesen stein ja schon entdeckt habt könnt ihr mit der schnellreise funktion hin und her reisen also wenn ihr wirklich jetzt jemand mal betäuben müsst oder es gibt einen stein bei dem ihr unsichtbar werdet warum dann nicht einfach den stein kurz markieren schnell reise hin und schnell reise zu eurer aufgabe wieder zurück wo ihr vielleicht eine ganz spezielle fähigkeit gerade benötigt so wenn ihr dann aber nicht nur die schnellreise funktion nutzt wie ich sondern auch hier mal zu fuß oder per fährt zum nächsten findling reitet dann kann euch auch mal sowas hier begegnen ja wer hätte das gedacht dass man da nachts um 12 auch mal irgendwie auch frauen im bikini trifft die hier auch noch offensichtlich ein bad nehmen ja kann ich euch helfen weiß ich jetzt nicht so genau auf jeden fall legt die sich dann auch mal um 12 uhr nachts mal so ein bisschen ins wasser ich habe zuerst gedacht die wollte sich ertränken hat es aber nicht gemacht ich habe gedacht warte mal was noch so passiert hier spannendes und die ist jetzt wirklich eiskalt sieben stunden im wasser liegen geblieben ja wie die haut da ausgesehen hat möchte ich mir jetzt auch nicht vorstellen sei es drum lustige szenen gibt es halt immer wieder im spiel muss ich sagen ich könnte auch ein ganzes bug video eigentlich mal machen wo mammuts in der luft wie einem aufzug irgendwie rauf und runter reisen kommen wir jetzt zum atronachen stein den ich hier entdeckt habe zu dem ich absichtlich gereist bin der lieblings stein für alle zauberer könnte ich jetzt mal sagen so den aktiviere ich jetzt auch noch natürlich da können wir jetzt auch schon lesen nimmt einen teil des angreifenden zauberschadens auf und verfügt auch über mehr zauber schaden hier regeneriert eure magiker dadurch aber ein bisschen langsamer also das ist jetzt ein stein mit vor und nachteilen hier überwiegen die vorteile aber ganz klar und man kann diese nachteile meistens auch irgendwie mit einem verzauberten kleidungsstück und so ganz gut wieder ausgleichen also aktiviert ihr den atronachen stein bekommt ihr einfach 50 zusätzliche magiker punkte und ihr absorbiert auch 50 prozent des gegnerischen zaubers also wenn wir hier so ein kampf gegen eine alte hexe bestreiten und dabei selber zaubern dann ist das wirklich ein prima stein hat mir auch sehr gut gefallen und generell der atronachen stein aber auch der fürsten stein sind so meine beiden lieblings findlinge in skyrim ja und ich hoffe jetzt ganz einfach ich konnte mit diesem kleinen video den skyrim neulingen und anfänger ja ein bisschen hilfestellung geben ein paar tipps und tricks mit auf dem weg geben wie man hier diese findlinge am effektivsten einsetzt und wenn ihr jetzt skyrim experte seid dann lasst mir doch mal noch einen besseren tipp da oder sagt einfach welchen stein ihr aktuell benutzt ich sage an der stelle wie immer danke fürs zuschauen bis zum nächsten video leute und haut rein